Teil 2 aus der Novelle Das mysteriöse Leben des Fabrikanten Geidefaseron Der Wecker klingelt um 8 Uhr morgens. Robert ist müde, eine kalte Tusche würde ihn schon aufmuntern und dann einen heißen Kaffee. Als er sich rasiert, klingelt sein Handy. Mist, immer wenn ich mich gerade rasiere, wer kann denn das so früh sein, sprudelt er in den Spiegel. Doch er macht sich erst frisch und schaut danach auf das Display. Isabel? Er ruft seine Freundin gleich zurück. Was gibt es denn Müchtiges, fragt er etwas mufflig. Sehr viel, es ist unglaublich, ich bin total am Boden, hört er Isabel weinerlich sagen. Wir müssen uns treffen, ich muss dir alles zeigen und erklären. Robert lässt keine Sekunde vergehen. Komm in meine Wohnung in einer Stunde. Danke, schließt Isabel. Isabel ist pünktlich. Sie ist völlig aufgelöst und in den Tränen, die über ihr Gesicht fließen. Robert versucht sie zu beruhigen. Isabel berichtet schluchzend, Oma Marie hat mir doch den Umschlag zukommen lassen. Das, was ich vorfand, sprengt alle meine Vorstellungen. Das sind Dokumente und Beweise, dass eine Ariette als Angestellte des Hauses, des de Fasero, zugleich seine Geliebte war. Er jedoch behandelte sie mehr und mehr wie eine Hure. Sie bekam Syphilis. Natürlich übertrug sie die Krankheit auf de Fasero. Da bemerkte er es zu spät und aus Angst um sein Ansehen miet er den Hausarzt. Per Solow wurde beauftragt, Medikamente zu besorgen. Die schlugen aber auch nicht mehr ausreichend an. Und so war das Schicksal Geide Faseroes besiegelt. Als die Eltern der Ariette Bronzebeen, es waren sehr arme Leute, die Tochter zum Grabe trugen, sprachen sie dem Fluch über die Familie de Fasero aus. Es muss ein kalter Herbsttag gewesen sein, an dem heftige Nebel alles verdunkelten und der Regen die Wege des Friedhofes aufweichte. Ein Steinkauz stürzte über die Köpfe der Eltern am Grabe und verschwand im Nahen Wald. Sein fürchterlicher Schrei jedoch war weithin zu hören. So wurde es überliefert. Robert muss sich setzen. Das ist ja unglaublich, das ist doch nicht wahr, oder? Doch, das ist es, sagt Isabel. Die Nonne in Dijon gehört zu dem Familienkreis. Darum hat sie uns gewarnt. Sie hat wohl das Geheimnis bewahrt, um weiteren Schaden von uns abzuwenden. Und was machen wir nun? fragt Robert, die Stirn runzelnd. Ich kann es nicht verstehen, aber ich werde nicht mehr nach Persolo forschen. Ich habe die eine Adresse in der Schweiz. Da lebt eine Dame, die Oma Marie zu kennen scheint. Sie muss die letzte Zeugin sein. Großmutter hat sie bereits besucht und bittet mich, unbedingt die Dame aufzusuchen. Gut, dann kläre die Geschichte bis zu Ende, sagt Robert und nimmt Isabel tröstend in den Arm. Was hat das aber alles mit mir zu tun? Es ist wie ein Albtraum. Isabel fliegt drei Tage später nach Zürich. Dort wartet Frau Planché. Sie lenkt das Auto wie eine junge Frau. Herzliche Grüße von meiner Oma Marie und danke, dass Sie mich empfangen haben. Ist schon gut, mein Kindchen. Es ist Zeit, die Geschichte zu beenden und zugleich die wahren Begebenheiten zu übermitteln. Sie kommen zu einem wunderschön gelegten Café. Die Frau holt ihre lederne Tasche hervor und deckt drei kleine Büchlein nebeneinander. Das sind die Tagesnotizen einer Bediensteten, der Frau des Frédéric Fugnier und der Madame de Monroe. So wie es wirklich war, sagt die Dame und ließ Isabel die Begebenheiten wie folgt vor. Die Sonne scheint draußen, die Fensterläden sind geschlossen. Doch durch die Holzschlitze brechen einige Strahlen in das düstere Schlafgemacht des Geidefasserroh. Er ist Fabrikbesitzer und kann für diese Zeiten gut davon leben. Jedoch ist er nicht gesund und eine seltsame Krankheit hat ihn befallen. Er ist blass und schwach, ständig müde, erschöpft und lustlos. Er grübelt über sein Schicksal nach. Oft geht er dann im Haus herum. Die alte Standuhr im Eingang macht ein grausiges, lautes Tick-Tack, das durch die Räume heilt. Seine Schwester und er hatten keine Jugend, nur eine gute, umsorgte Kindheit. Die Eltern kamen bei einem Unfall mit einer Kutsche ums Leben. Der Vater war strebsam und hart. Ihm war es gelungen, aus der Manufaktur heraus diese Fabrik zu abbauen. Die Mutter hielt dem Vater den Rücken frei. Schon bald konnte die Familie in eine größere Villa ziehen. Wenigstens am Wald war es erträglich. Da konnte man als Kind schon einmal toben, ohne den Argus-Augen der feinen Gesellschaft zu unterliegen. Freiheit gab es sie jeweils und jemals für Geidefaserrohr. Er musste sofort erwachen aus seinem Traum. Er musste sofort erwachsen sein. Mit 19 Jahren musste er die Geschäfte eines Fabrikanten lernen und auch alle Aufgaben erfüllen. Was sonst sollte er auch machen? Geld musste beigeschafft werden. Diese verfluchte Existenzankt, diese ganzen Zwänge. Er hasste sein Leben. Das Spiegelbild zeigte einen hochgewachsenen, schlanken Mann mit schütterem Haar und einer furchterregenden Blässe und tiefen, dunklen Rändern um die Augen. Sollte er da lächeln können? Konnte er da glücklich sein? Nein. Die einzige Freude war seine Schwester. Er behütete sie wie sein Augapfel. Er ließ sie gut ausbilden. Er beschäftigte private Lehrer und ein Kindermädchen. Später brachte er ihr das Reiten bei und kümmerte sich um die schönsten Kleider und Schuhe. Irgendwann erwischt er sich bei dem Gedanken, sie mehr zu lieben als eine Schwester. Sie war wunderschön, so zart und gepflegt und hatte prächtiges Haar, dass sie etwas verwegen trug. Das war für ihn sein Juwel, seine Prinzessin. Die Zeiten waren schwierig. Die Aufträge heranzuholen, überließ er den Angestellten. Einer der Handelsreisenden war Victor Fugnier. Dem gelang einfach alles. Er war ein stolzer und aufrechter Mann. Irgendwie schaffte er es, mit Giselle auszureiten. Und er gefiel ihr auch. Fasero hatte viel zu viel um die Ohren, sodass er das nicht gleich erkannte. Giselle aber fürchtete die Eifersuchtsanfälle ihres Bruders. Sie bat ihrem Liebhaber um Verschwiegenheit und geheime Treffen. Als Fasero von allen Bediensteten die Wahrheit über die Ausflüge seiner Schwester zu Pferd erfuhr, wurde er betaböse. Sogleich schickte er nach Giselle. Er wollte ihr den weiteren Umgang mit diesem Kerl verbieten. Er regte sich so sehr auf, dass er fast ein Herzanfall erlitt. Giselle versuchte ihn zu beruhigen und doch war die Botschaft klar. Sie musste hier raus. Sie entschloss sich in einer Nacht- und Nebelaktion zu Victor zu fliehen und verschwand. Geide Fasero konnte das alles nicht fassen. Er zog sich völlig vom gesellschaftlichen Leben zurück. Nur selten erschien er in der Fabrik, um nach dem Rechten zu sehen. Man erzählte sich im Dorfe, dass er sehr verbittert sei. Ein paar Jahre später ging er im Abendlicht der Sonne noch im Waldrand spazieren. Ein Waldkauz schrie plötzlich auf und Fasero hatte sich erschrocken. Es war kein gutes Zeichen. Er grübelte nach und besann sich, dass vor dem Unfall der Eltern ebenfalls an diesem Ort ein Kauz geschrien hatte. Der Klang war grausig. Er wendete sich ab und ging zurück zur Villa. Sein Leibdiener empfing ihn bereits etwas besorgt, denn es war dunkel geworden. Einige Tage später erhielt er einen dicken Umschlag. Geide zog sich in sein Arbeitszimmer zurück. Mit zittriger Hand nahm er den scharfen Brieföffner und überlegte, was wohl der Inhalt sei. Er öffnete die Post und entnahm ein Testament und ein längeres Schreiben. Es stammte von Freunden der Familie Fünier. Seine Schwester und ihr Mann waren tödlich verunglückt. Giselle hinterließ einen Jungen. Gai durchfuhr es eiskalt. Da das Ehepaar keine weiteren lebenden Verwandten außer ihm hatten, vermachte sie ein Drittel ihres Vermögens Gai und zwei Drittel ihrem Sohn Federick. Im Fall ihres Ablebens bat Giselle Gai um die Vormundschaft für ihren Sohn. Fassero übermannte diese Nachricht so sehr, dass er stundenlang weinen musste. Er konnte sich einfach nicht beruhigen. Welcher Fluch war über seine Familie gekommen. Seine große Liebe war tot. Er hatte ihr Fehlen an seiner Seite niemals überwunden. Er entschloss sich dennoch, seinen Neffen zu sich zu holen. Das war ein Dienst an seiner lieben Schwester. Das war er ihr schuldig. Er beauftragte einen Diener, den Jungen abzuholen und zu ihm zu bringen. Die Zeit des Wartens wurde für Fasserofers unerträglich. Ständig schob er die schweren Vorhänge beiseite und traf auf den Balkon der Villa. Wenigstens erfreute seine Augen, dass er den alten Park vor der Villa hatte anlegen lassen. Herrlich begrünt mit kleinen Gehwegen und dazwischen um den riesenhaften Brunnen. Es war wohl ein Sonntagmorgen, als die Kutsche ankam und das wenige Gepäck des Kindes abgeladen wurde. Natürlich bewahrte Guy de Fasserofers die Contenance und begab sich in sein Arbeitszimmer. Hinter dem großen, ehrenden Schreibtisch konnte er den nötigen Abstand zu dem Jungen bewahren. Eine der Hausdaben brachte den Neffen nun direkt zu ihm. Die Tür wurde langsam geöffnet und da stand er vor ihm. Ein eher dünner Junge von etwa zehn Jahren, Guy de Fasserof, klappte seinen Augen nicht. Der Junge hatte eine mehr als frappierende Ähnlichkeit mit seiner Schwester. Er wirkte auch etwas feminin. Sollte das der Trost sein für den Verlust? Irgendwie schien keine andere Wahl zu bestehen, als dieses Kind anzunehmen. Er begrüßte seinen Neffen und bat ihn Platz zu nehmen. Der Junge hatte sehr große Augen. Die waren sehr dunkel, fast schwarz. Frederik war sehr still. Er wusste nicht, was er hier tun sollte und was das alles zu bedeuten hatte. Nur, dass seine Mama ihm vor diesem Mann erzählt hatte, der Junge musste die tiefe Trauer erstmal überstehen, bevor er sich mit der neuen Umgebung anfreuen konnte. Guy de Fasserof war sichtlich erleichtert, denn der Sohn seiner Schwester war wohlerzogen und zurückhaltend. Die Jahre gingen ins Land, dass dem Jungen war inzwischen ein tüchtiger Mann geworden. Frederik verzauberte mit seiner scheinbar Freundlichkeit und Leichtigkeit alle um sich herum. Guy de Fasserof war nun so gealtert, dass er auf den Jungen angewiesen war. Oft verließ er das Bett kaum noch. Die furchtbare Krankheit hatte ihn immer mehr im Griff. Die Leitung der Fabrik gestellte Frederik zusehends nach seiner eigenen Fasson. Zwischen Guy de Fasserof und ihm war in den ganzen Jahren eine Hassliebe entstanden. Der Fasserof sah ihn in dem Heranwachsenden immer eine größere Konkurrenz zu sich selbst. Er schickte ihn in einem Internet zur Ausbildung und wendete sich innerlich ab. Frederik war dieser Gefühlskälte nicht entgangen. Aber warum forderte er ihn trotzdem? Es blieb wohl diese einmalige Schuld, das Schuldgefühl zu seiner Mutter. Aber es fehlte dem Jungen eine aufrechte Liebe. So schützte er sich mehr und mehr mit der Verweigerung von Gefühlen. Er lernte es gut, sich zu verstellen und eine Scheinwelt zu errichten. Die ließ ihm aber die Luft, die er benötigte, um seine Freiheit zu verleben. Auch er musste schnell erwachsen werden. Nun war er es. Erwachsen. Die Damenwelt lag dem Schönling zu Füßen. Er lässt auch keine Gelegenheit aus, an den Bällen der feineren Gesellschaft teilzunehmen. Mariel de Courtenier gefiel die Art, wenn der Frederik sich um Charme mannt bewegte. Er war auch ein ausgezeichneter Tänzer und konnte sehr gebildet erzählen. So wollte sie mehr über diesen Frederik erfahren. Es begann eine gute Zeit für dieses Paar. Sie kamen sich bei Ausflügen zu Pferd und bei Wanderungen näher. Der Geidefaserow verfolgte das Geheimnis und das Geschehen mit seiner Irrenart von Eifersucht. Er hätte jetzt den Platz an der Seite dieser prächtigen jungen Frau verdient, statt seines undankbaren Neffen. Den empfing er bereits am Eingang der Villa. Er warf ihm tönen vor, seinen Aufgaben nicht nachzukommen und stattdessen zu kokettieren. Frederik überkam Wut und er beschimpfte seinen Unkel. So stritten beide, bis der Faserow den Gehstock erhob und nach dem Neffen schlug. Frederik wehrte sich und stieß den Unkel so, dass dieser rückwärts auf die Stufen fiel. Die Dienerschaft hielt Frederik fest und half dem alten Herrn auf. Die Blicke, die sich nun trafen, verkündeten den Beginn eines Krieges zwischen ihnen. Jetzt wurde es still. Sehr still. Man ging sich aus dem Weg. Den Hass, den Frederik nun wieder spürte, machte ihm sehr zu schaffen. Seine Liebe Mariel wollte er auch nicht damit belasten. Er ging jetzt früher in die Fabrik und kam später nach Hause. Mariel wurde freundlicher bestimmt vom Personal an der Haustür der Villa abgewiesen. Ihre Eltern warnten sie schon mehrfach vor der Familie der Faserow und dem Zögling. Der Vater erzählte ihr von den alten Zeiten, als sich Bruno der Faserow unbeliebt gemacht hatte. Bruno war es, der den Fabrikbau mit aller Macht durchpeitschte und hatte den Bauern und ihr Land abgenommen, hatte sie betrogen, ihnen viel zu wenig für den Grund und Boden bezahlt und hatte auch Widersacher verprügeln lassen. Die Arbeiter wurden maßlos geknechtet. Man sprach davon, dass jemand die Familie verflucht hat. Jedenfalls wurde es nie bewiesen, dass es ein Unfall war, der zum Tode des Fabrikantenehepaars führte. Ein Steinkauz hatte seinen Bau in der Nähe der Villa bei der Kapelle der Familie Faserow. Die Almheimischen meiden diesen Ort. Ende Teil 2